Vorher war ich auf einem kleinen Bachbetrieb. Dann ging ich mit der Erdgemeinschaft und so weiter. Früher war ich in die Alpen. Vom Alpen kam ich ins Bauern hinein. Die Alp ist nur drei, vier Monate. Und den Rest des Jahres muss man immer schauen, was ich mache. Dann habe ich immer mal einen Bachbetrieb übernommen. In Bündnerland habe ich meinen eigenen Betrieb. Den kann keiner mehr wegschicken. Ich bin bei Heini von den Freibergen. Auf der Rigi zuhause. Und auch am Bio-Berghof betreiben. Mit Geissen, Mutterkühen, Schafen. Und ich bin jetzt seit zehn Jahren auf dem Hof. Und dieser Hof ist speziell, dass er keine Zufahrtsstrasse hat. Sondern nur mit der Rigi-Bahn erreichbar ist. Oder über einen Wanderweg kann man auch hochlaufen. Ja, das ist für mich absolut Neuland. Mit der Sage umzugehen. Ich bin einfach schon immer fasziniert gewesen. Wenn ich so eine alte Sage gesehen habe, so am Laufen, habe ich immer so geschaut. Und das ist schon etwas Faszinierendes, so eine Holzsage. Aber auch ich bin hier gekauft. Und bei Woodmeister hatte ich null Ahnung von diesen Zeugen. Für mich ist es jetzt sicher ein Kauf, den ich immer noch finde, super. Ein Stück weit habe ich über drei Hektar einen eigenen Wald. Und dadurch, dass ich eine Zufahrtsstrasse habe, kann ich diesen Wald einfach für Brennholz brauchen. Aber sonst hat er für mich keinen Nutzen. Und Bauholz brauche ich ja immer in einer drehe alten Stelle, ein altes Haus, wo man immer wieder etwas renovieren und machen muss. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgeschaut, was gibt es so von wegen der Sage. Und irgendwann habe ich dann ein gutes Angebot gefunden. Und dann haben wir eine gekauft. Nun ist schon der Geruch. Oder frisch gesagtes Holz, das schmeckt ja so fein. Das Leben als solches. Und dadurch, dass ich alleine lebe, ist es eigentlich gut hier oben. Ich brauche die Distanz zur Stadt und zum Dorf. Also ich suche das. Und ich habe natürlich ein wunderbares Panorama. Ich sehe gleich die ganze Welt. Ich sehe quasi... Und bin gleich weg an einer Distanz zu der Welt. Das ist noch etwas, das ich als Vorteil anschaue. Ach, da gibt es auch nicht viele. Sonst wäre ich ja nicht da, oder? Aber jetzt. Und dann werde ich ja nicht da, oder? Ich habe ja nicht da, oder? Ich denke, dass ein. Ich sehe nicht da, oder? Ich sehe nicht da. Ich sehe nicht da, oder? Und dann werde ich das mal hier hören. Das ist ein bisschen, das ist immer wieder da. Es ist ein bisschen, das ist ... Vielen Dank.